Herzlich willkommen beim diesjährigen GASAG Cup in Berlin und wir zeigen euch hier die zweite Spielhälfte des Spiels der Löwen Frankfurt gegen die Lausitzer Füchse. Viel Spaß dabei, wir hören uns natürlich wie immer demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's, du bist, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. 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 Auf geht's.